Das Ding wird auch gut Schaden machen. Aber ja, ab hier sind die zweihändigen, schweren Waffen. Ja gut, du kannst die Nordklinge nicht tragen. Kann sicher keiner von euch und du sowieso nicht. Die kann ich erst auf dem nächsten Level. So wie den gesamten Rest auch. So, sind alle meine Marschieren los. Meine Axt wartet schon. Zwerge. Ja, zur Seite. Bereit? Ja, scheinbar. Okay, dann wieder speichern. Ich höre. Oh mein, was ist hier? Schnell. Sofort. Die müssen mal ganz kurz gucken, kann ich was besseres oben rum anziehen gerade? Ne, nur die Blutrüstung. Da unten rum nur beiden Dinge der Paladin, ne? Ja, okay. Wer ruft mich nach Platz? Nur zu! Ja, da kommen sie alle. Sie werden angegriffen. Lasst sie nur kommen! Oha, kommt nur her! Mehr davon, los! Der Rufmüllteist, sucht mich rutschen! So, immer schöne Titanen am Leben halten. Das ist eine Falle! Lasst sie nur kommen! Das ist eine Falle! So, gleich neue Leute produzieren. Lasst sie nur kommen! Mehr davon, los! Los! Oha, kommt nur her! Oha, kommt nur her! Meine Axt wartet schon! Marschieren los! Ich höre! Zur Seite! Mehr davon, los! Ja! Zur Seite! Hier bin ich, der Feind! die ahnen rufen uns die ahnen rufen uns geht es los vorwärts zwerge kommt nur her marschieren los mehr davon das ist euer letzter fehler mehr davon los haben kommen wo ist der feind mehr davon was geht es los endlich wieder kämpfen mit festem schritt voraus das ist eine scheiß reichweite die kerne marschieren los auf geht's kam mit bestem schritt voraus schnell das ist eine falle das sind mir jetzt wieder zu viele dafür was ich verloren habe hier also ja wieder warten dass wir unsere volle stärke haben wieder speichern da müssten wir eigentlich den zwergentitan reinschicken weil ich glaube der hat eine hohe resistenz gegen ihn die todes zaubert der lachenden toden wenn ich müssen wir mal laden auf meinen befehl aber ja noch haben wir genug ressourcen auch wenn wir ständig hier unsere leute in den tod schicken meine axt wartet schon kampfbereit ich habe ich habe ich Die Nahkämpfer sind wir schon losgeworfen. Das ist was schon mal gut ist. Aus dem Weg. Macht Platz. Aus dem Weg. Okay. Hier ist... Nur zu. Das ist eine Falle. Komm mit breitem Schritt voraus. Das ist euer letzter Fehler. Mehr davon. Los. Mehr davon. Los. Das ist euer letzter Fehler. Das ist eine Falle. Das ist euer letzter Fehler. Wow. Kommt nur her. Mehr davon. Los. Das ist euer letzter Fehler. Wir kämpfen mit festem Schritt voraus. Mehr davon. Los. Okay. Immer wieder Nachschub produzieren. Das ist euer letzter Fehler. Ihr bin ich. Wo ist der Feind? Nur zu. Erz Zwerge. Wo ist der Feind? Dann gehen wir jetzt mal auf. Die Ahnen rufen uns. Das ist euer letzter Fehler. Die Ahnen rufen uns. Lasst sie nur kommen. Wo ist der Feind? Vorwärts Zwerge. Was ist das für ein Panzer? Die müssten jetzt auf der letzten Seite sein. Ja, beim Panzer der Elite. Würde er gerade eher zu unserer Rüstung passen. So, du stirb. Zu allem Entschlieren los. Gut, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft, hier den Pass zu räumen. Das heißt, wir können jetzt nach Miratur reisen. Haben sogar fast ein Viertel Level noch gemacht hier. Das heißt, die Zwerge können jetzt dann, wenn wir irgendwann weg sind und die Aachen-Krise abgewandt ist, können sie den Pass wieder aufmachen, können sich ihr gesamtes Land zurückholen. Ja, damit bin ich zufrieden. Damit bin ich echt zufrieden. Mann, wir haben noch sehr viel Geld, fällt mir mal zu... Oh. Das sind 60 Silber. Silber. Ja. Gut, das heißt, Piratur westlicher Sumpf ist jetzt angesagt. Und dann mal da hoch latschen. Ihr könnt zurück jetzt total nach Frostfall. Also, ja, ich glaube, eine Menschenruhne kriegen wir ganz am Anfang von Shadow of Phoenix, weil da kriegen wir auch zwei neue, also auf jeden Fall ein neues Gebäude. Gibt nämlich in Shadow of Phoenix neue Gebäude für die... Völker. So. Einen Rippenbogen herstellen, ja. Giftgrüner oder feuerroter? Giftgrün, bitte. Das heißt, die Blutredelsteine können wir dann verkaufen. Wir haben den Giftgrünen... Hier. Kannst du leider noch nicht benutzen. Aber dann nachher unsere Schützin, die auch die... Elite-Schützenrüstung tragen soll. Beinpanzer und Helm, glaube ich. Ich war auch noch dabei. Ja, Helm, das sie bitte schützen. Nichts mehr, weil wir haben nichts mehr, was wir fertigen können. Wir haben keine Knochenschnitzermesser mehr. Wir haben keine Knochenteile mehr. Wir kriegen beides auch nicht mehr. Also ist das erledigt. Wir haben keine Knochenschnitzende.